Ich möchte das Mittelmeer in einem Riesenballon überqueren. Also habe ich mir diesen Riesenballon, aka Hamsterball, wie sagt ihr eigentlich dazu, für 200 Euro gekauft. Und bevor es auf offene Meer geht, musste ich das Ganze erstmal im Pool testen. Doch das Ganze war deutlich schwieriger, als ich dachte. Also habe ich versucht, ob ich auch über das Meer rollen oder krabbeln könnte. Beide Methoden waren viel zu langsam, dementsprechend musste ich das Laufen da irgendwie drin lernen. Mit der Zeit wurde ich auch immer besser, nur dass mir danach von der Luft dort drin kopfübel war. Ob ich das Ganze dann auf offene Meer überstanden habe, könnt ihr jetzt schon im Link in meiner Video sehen.